In diesem Video geht es heute um die Landschaftsformen Europas. Wie an diesem Bild gut zu erkennen ist, ist die Landmasse Europas stark zergliedert. Die Meere reichen teilweise weit bis in das Land hinein und bilden so viele Halbinseln. Auf diesem Bild eingezeichnet siehst du auch die Großlandschaften Europas, zum Beispiel im Norden das skandinavische Gebirge oder südlich die Po-Ebene oder in unserem Raum die Alpen. Als Großlandschaft wird eine Landschaft bezeichnet, wo ein größerer Bereich sowohl klimatisch als auch von der Vegetation und von der Landschaftsform zusammenhängend ist. Nun möchte ich dir die drei Hauptlandschaftsformen vorstellen, das Hochgebirge, das Mittelgebirge und das Tiefland oder Flachland genannt. Das Hochgebirge hat Gipfel über 2000 Meter, hauptsächlich in Mitteleuten-Südeuropa und das Hochgebirge wächst weiterhin, da die afrikanische Platte gegen die europäische Platte drückt. Die Gipfel im Hochgebirge sind über der Baumgrenze und teilweise vergletschert. Das Mittelgebirge geht bis ca. 1500 Meter, vereinzelt bis 2000 Meter. Man findet das Mittelgebirge hauptsächlich in West- und Mitteleuropa. Da das Mittelgebirge älter als das Hochgebirge ist, wurde über Jahrmillionen durch Verwitterung das Gebirge abgetragen und bildet so die charakteristischen, runde, bewaldeten Bergformen. Geprägt wird das Mittelgebirge hauptsächlich durch Vieh- und Forstwirtschaft. Die Tiefländer, oder auch Flachland genannt, haben eine Höhe bis ca. 200 Meter. Das Flachland findet man oft an flachen Küsten oder im Mündungsgebiet großer Flüsse. Geprägt wird das Flachland vor allem durch Getreide- und Viehwirtschaft, aber auch die großen Ballungsräume und Industriezentren Europas finden sich in Tiefländern oder Flachländern. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte in dein Geografieheft und wir sehen uns dann in der nächsten Geografiestunde.